was kann ich für dich tun also ich habe neue oder stopp 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 nein nein du darfst dich ruhig bewegen okay da rede ich mit dir nicht drüber hol mir mal den heini ja okay ja ist ja gut ja jetzt bitte deine bühne ich wollte das nicht mit tina machen weil das so ein kleines bisschen jetzt macht er sich lustig und shit so ist neurodermitis akne hautkrankheiten ganz generell es gibt keine einfachen antworten auf komplizierte fragen bitte sprecht das mit eurem artist ab generell ist immer irgendwas machbar bei neurodermitis zum beispiel habt ihr einen akuten ausbruch gerade jetzt zu eurem tattoo termin würde ich die stelle wechseln im besten fall sprecht ihr aber immer mit eurem was ich weiß so